Ich bin Anita Farke und spreche den Exoda-Blog-Podcast für dich. Technik, Gesellschaft und auch Politik. Brüssel leitet Verfahren ein. Apple soll Geräteanbindung öffnen. Die Europäische Kommission hat ein offizielles Verfahren gegen Apple eingeleitet, um das Unternehmen zu zwingen, die Anbindung seiner Geräte zu öffnen. Diese Entscheidung steht im Kontext der fortlaufenden Bemühungen der EU, Wettbewerbsverzerrungen im Technologiebereich zu beseitigen und den Verbrauchern mehr Wahlfreiheit zu bieten. Die Kommission ist der Auffassung, dass die aktuelle Praxis von Apple insbesondere im Hinblick auf die Nutzung von Ladegeräten und Verbindungen den Wettbewerb beeinträchtigt. Brüssel argumentiert, dass Apple durch seine proprietären Technologien und Schnittstellen wie Lightning nicht nur den Markt für Zubehörprodukte einschränkt, sondern auch Innovationen behindert. Der Europäische Justizkommissar habe in einem Statement klargemacht, dass die Kommission sich verpflichtet fühlt, sicherzustellen, dass alle Unternehmen unabhängig von ihrer Größe fairen Zugang zu Märkten haben. Dies wird als wesentlicher Schritt in Richtung einer offenen digitalen Marktlandschaft verstanden. Außerdem würde eine Öffnung der Geräteanbindung es Drittanbietern ermöglichen, auf einfachere Weise Produkte zu entwickeln, die mit Apple-Geräten kompatibel sind. Das Vorgehen der Kommission richtet sich nicht nur gegen Apple, sondern ist Teil einer breiteren Initiative, die darauf abzielt, einen einheitlichen Standard für Ladegeräte in der EU zu schaffen. Die bisherigen Vorschriften erforderten bereits, dass alle elektrischen Geräte, die in der Union verkauft werden, einen USB-C-Anschluss nutzen. Dies soll nicht nur die Umweltbelastung durch Elektroschrott reduzieren, sondern auch den Verbrauchern ermöglichen, ihre Geräte einfacher zu verwenden. Die Diskussion um die Geräteanbindung ist nicht neu. Verbraucherorganisationen haben sich in der Vergangenheit wiederholt für eine Öffnung der Systeme ausgesprochen und auf die Unpraktikabilität verwiesen, verschiedene Ladegeräte und Adapter für unterschiedliche Geräte mit sich führen zu müssen. Diese Situation ist für viele Nutzer unhaltbar geworden und wurde daher verstärkt in den europäischen politischen Diskurs integriert. Apple hat auf die Vorwürfe mit der Betonung reagiert, dass ihre Produkte auf eine durchdachte Art und Weise entwickelt wurden, um Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Innovationen zu fördern, was sie als Grund anführen, warum sie an ihren eigenen Standards festhalten wollen. In diesem Zusammenhang warnt Apple, dass eine Öffnung der Infrastruktur auch Risiken für Nutzer und deren Daten mit sich bringen könnte. Zusammenfassend bleibt abzuwarten, wie sich das Verfahren entwickeln wird und ob es tatsächlich zu einer weitreichenden Öffnung der Geräteanbindung kommen wird. Die EU-Kommission hat sich in der Vergangenheit als entschlossene Instanz gezeigt, wenn es um die Regulierung von großen Technologiefirmen ging. Sollte das Verfahren erfolgreich gegen Apple ausgehen, könnte dies weitreichende Konsequenzen für den gesamten Elektronikmarkt haben und die digitale Landschaft in Europa dauerhaft verändern. Autor Anita Farke, Donnerstag, 19. September 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017